Guten Morgen, wir stehen heute vor dem Mairat Ha-Makpela, Höle-Makpela. Warum heißt das Höle-Makpela? Aus zwei Gründen. Es gibt zwei Stockwerke hier und es gibt hier vier Paare, die liegen. Vier Paare liegen hier in diesem heiligen Ort. Adam und Chava, Avraham und Sarah, Isaac und Rivka, Jakob und Lea. Und wir sind gekommen hier heute, um zu beten, Schacharit. Wir haben hier zehn Leute, um zu beten, Morgengebet. Und wir sind sehr froh und dankbar, Hashem zu kommen, zu so einem heiligen und wichtigen Ort zu beten. Und zu bieten, unsere Vorfahren, unsere Patriarchen und Matriarchen, unsere Väter und unsere Mutter, um zu beten, dass in die ganze Welt soll herrschen Frieden und Ruhe und Gesundheit. Und alle sollen glücklich sein mit ihren Familien und Moschiach soll kommen. Amen.